Hallihallo und willkommen zurück bei We Are Football. Wir nutzen jetzt mal einen dieser Blitze und boosten einen Spieler. Und zwar boosten wir jetzt einfach mal den Herrn Marco Crescente. So, er bekommt einen Boost von 10%. Es sei ihm gegönnt. So, wir spielen in diesem Part gegen Sandhausen, die stehen auf Platz 17. Nur zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen. Und gegen Osnabrück, die stehen eher weiter oben. So, Ludewig hat eine Platzwunde, ist aber in einem Tag wieder fit. Wir besuchen ihn trotzdem mal noch schnell, um ein bisschen ihm zu schmeicheln. So, das wird automatisch hier schon vorausgewählt. Gute Besserung. Das war, habe ich gesehen, in einem Video wurde angesprochen, dass das Absicht ist, dass das hier schnell erkannt wird. Das ist praktisch. Ludewig freut sich über den Besuch. Gerade wir als SC Paderborn sollten die SV Sandhausen nicht unterschätzen. Als Verein wie Paderborn tut man sich oft schwerer gegen die vermeintlich Kleinen oder Kleineren. So, Pokalauslosung bekommen wir zu sehen. Das freut mich doch. Ich hätte auch gerne die Ergebnisse gesehen. Das wäre auch hilfreich, wenn das jetzt immer angezeigt würde. Bremen spielt gegen Borussia Dortmund. Und Titelverteidiger Bayern muss mit ansehen, wie hier eine dieser vier Mannschaften den Pokal holt. Osnabrück noch als Zweitligist im Rennen. Die spielen gegen den SC Freiburg. Dortmund aktuell die dominante Mannschaft im deutschen Fußball. Kündigung, Finanzen. Ein Mitarbeiter hat gekündigt, weil seine Abteilung überlastet ist. Wir machen nur noch Überstunden. Wie gesagt, das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe, glaube ich, eine maximale Anzahl an Mitarbeitern in diesen Abteilungen. Warum sind die dann immer so überlastet? Kann ich nicht einfach mehr einstellen? Verstehe ich nicht so ganz so. Auch Sandhausen ist etwas stärker als wir. Wir sind eigentlich die zweitschlechteste Mannschaft von der Stärke her. Spielen dementsprechend über unseren Verhältnissen. So, der Carpitch ist ganz gut in Form. Wird dadurch auch mal mit einem Einsatz belohnt. Chandimir ist natürlich auch überragend in Form. Und der muss jetzt aber als junger Kerl auch lernen, dass man manchmal zurückstecken muss. Ansonsten, ja, Möller hat auch mal einen Platz auf der Bank. Wir müssen mal ein bisschen variieren hier. Vassiliadis ist der Einzige, der sich so richtig hängen lässt. Heiland verbessert seine Form auch zunehmend. Zingern ist auch besser in Form. Wir sind stärketechnisch trotzdem leicht unterlegen. Kontern hier aber nicht. So, bei Sandhausen sehen wir keinen ehemaligen Paderborner. Wir sagen, mit unserer Spezialtaktik wird heute alles gut werden. Eine Spezialtaktik haben wir eigentlich nicht, aber wir behaupten das jetzt einfach mal. So, los geht's. Bei 12 Grad am 20. März ausverkaufte Bentler Arena. Vincent Cornelius, der Schiedsrichter. Direkt ein Angriff für uns in der vierten Minute. Antwiat J. Auf Hidalgo. Auf Dennis Rebini. Und der, ah, Grill kann den Ball abwenden. Der Ball geht an den Pfosten. Und Rebini nochmal auf, ah, Toklas krank lernt. Dickes Ding hier. Auf geht's an tausend Kämpfen und Siegen. Die Kämpfen um den Klassenerhalt. Hauke Wahl auf Candido. Auf Stefan Brandt. Der möchte nochmal in die FC Saison. Barbit schießt einfach mal aus der zweiten Reihe und trifft. Macht sein erstes Saisontor. Ich weiß immer noch nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht. Aber ich weiß, dass er hier das erste Tor gemacht hat. Für Stefan Brandt war es auch der erste Assist. Rückpass Rebini auf Hidalgo. Er schießt vorbei. Wir machen hier ganz gewaltig drückt. Jack Fay auf der Bank des SV Sandhausen. Schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Carpett schießt auch aus der zweiten Reihe. Grill kann aber abwählen. Wir machen hier ganz gewaltig Druck. Die Sandhäuser. Sandhäuser oder Sandhausen? Da frage ich mich immer wieder. Eieiei. Rebini mit einem Außenbandriss. Das klingt gefährlich. Ich fürchte, die Saison ist für ihn gelaufen. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Für ihn kommt Badmatz. Der Assistkönig. Brandt auf Wahl. Auf Candido. Der dribbelt. Schießt vom Rande des 16ers und trifft. Macht auch sein erstes Saisontor. Hauke Wahl mit dem fünften Assist in der Saison bereits. 2 zu 0. Wir dominieren das Spiel. Barbeck auf Badmatz. Ah, der trifft das Tor leider. Ganz und gar nicht. So, Sandhausen völlig passiv. Völlig von der Rolle. Die machen überhaupt nichts. Da wundert man sich nicht, warum sie auf Platz 17 stehen. Barbeck flankt. Hünemeier. Auf Hauke Wahl auf Badmatz. Der schießt. Lenz gibt dem Ball eine andere Richtung. Das ist ein Eigentor. Ist das das erste Eigentor, was wir hier sehen? Wir führen 3 zu 0. Und jetzt auch Sandhausen mal mit einer Offensivaktion. Die Fans haben die Schnauze voll. Suchen den Bierstand auf. Zumindest mal einen Torschuss zu halten. Hier für Zingerle. Die Fans peitschen ihr Team dennoch nach vorne. Aber ihr könnt nach Hause fahren. Ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt nach Hause fahren. Sagen die Paderborner. Und wollen nochmal einen nachlegen. Hier in der ersten Halbzeit. Pirello kann den Ball aber abfangen und klären. Freistoß nochmal Lenz. Ein 3 zu 1 vor der Pause. Würde denen nochmal Aufwind geben. Magengo. Zingerle packt sich ja zu. Keine Gefahr. Schon ein bisschen Gefahr. Brandziehtgelb. Das ist unnötig beim Stand von 3 zu 0. Überragende 1. Halbzeit. Überragende 1. Halbzeit. Wir loben mal Zingerle und Candido. Denen sage ich auch, dass sie super spielen. 2 wäre eigentlich gut. Aber die sind ja immer bleiblich, wenn ich sage, ihr spielt gut. Zingerle fand seine Leistung okay. Candido freut sich. Heißt auch Almeida. Verwandt oder verschwiggert mit Hugo. Da wäre ein langer Nachnamen. So, Hauke Wahl. Babic, der schießt aus 40 Metern. Schießt aber dann deutlich vorbei. Beim Stand von 3 zu 0 kann man es machen. Wir hätten eigentlich nur 1,8 verdiente Tore. So sehen Sieger aus. Schalalala. So sehen Sieger aus. Kapic spielt hier gar nicht mal so gut. Candimir kommt für ihn rein. Außerdem kommt Proszynski für Hidalgo. Wenn du mich fragst, wer Meister wird, dann sage ich zu dir. Ja, wir haben jetzt die 40 Punkte fast beisammen, wenn wir dieses Spiel gewinnen. Biala auf Halimi. Dropkick. Traumtor des Monats aus dem Winkel in den Winkel zu treffen. Das ist mal beeindruckend. Und noch ist genug Zeit für die Sandhäuser. Sandhausener. Um hier nochmal ranzukommen. Bad, Badz. Aber bereitet dann. Sorgt dann quasi für die Entscheidung. 4 zu 1. Ein Tag so wunderschön wie heute. Wir können nochmal wechseln. Sandhausen konnte sich wenigstens über dieses schöne Tor freuen. Wir bringen Sven bei dem Spielstand. Bin ich jetzt mal Crescente. Und mal Philipp. Philipp geht einfach mal hier auf. Linksaußen. Jean Gheschi sieht gelb. Passiert hier noch was. Nochmal ein Angriff. Tor-Differenz könnte natürlich auch entscheidend werden. Die wollen nochmal eins machen. Aber das ist zu ungefährlich. Ich finde der Schuss ganz nett war. Wir gewinnen 4 zu 1. Deutlich. Das ist wunderbar. Klettern damit sogar. Nach Wochen mal in der Tabelle auf Platz 8. Haben 39 Punkte. Einen Punkt wählen. Oder haben wir die 40 voll. Wenn wir die haben, schauen wir auch mal, was noch geht. 1 zu 0. Gewinnt Düsseldorf mit dem meisten Glück gegen den VfB Stuttgart. Osnabrück gewinnt 3 zu 0 gegen Hannover. Wir gewinnen 4 zu 1 gegen Sandhausen. Nürnberg gewinnt auch 4 zu 1 gegen Darmstadt. St. Pauli gewinnt 4 zu 0 in Braunschweig. Dresden verliert 1 zu 3 gegen Bielefeld. Karlsruhe 1 zu 1 gegen den HSV, die die schwarze Katze hier angezeigt bekommen. Aue verliert 1 zu 2 gegen Heidenheim. Bochum gewinnt 3 zu 2 gegen Duisburg. Bielefeld neuer Tabellenführer. Heidenheim klettert auf Platz 2. Hannover nur noch auf 3. Der HSV nur noch auf 4. Das ist wahnsinnig eng da oben. 53 Punkte, 52, 52, 52, 51. Macht es jetzt auch irgendwo Sinn, dass die alle farblich markiert werden. Wir haben 13 Punkte Rückstand auf Platz 3. Wir haben 12 Punkte Vorsprung vor Platz 16. Da steht jetzt Dynamo Dresden. Duisburg ist schon krass abgeschlagen. 14 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Es sind noch 7 Spiele. Auch Sandhausen hat 4 Punkte Rückstand in der Elf des Tages. Babec und Badmatz und auch Candido und auch Brand. Candido und Babec jeweils zum ersten Mal. Brand und Badmatz jeweils zum zweiten Mal. Wir finden es toll, wie viele junge Spieler Lemko hier heute eingesetzt hat. Kraus Kröll sagt, so ist Sport. Im nächsten Part wollen wir die 40 Punkte voll machen, indem wir auf den VW Osnabrück DFB-Pokal-Halbfinalist treffen. So, Srebreni fällt 40 Tage aus. Für ihn ist die Saison wohl gelaufen. Den Ärmsten besuchen wir mal. Ansonsten sollen wir ein Freundschaftsspiel vereinbaren. Hier scheint nämlich eine spielfreie Woche, Pflicht spielfreie Woche anzustehen. Eine Charity-Aktion sollten wir auch mal machen. Wir können hier frei trainieren. Gute Besserung. Srebreni ist genervt, weil sie schon wieder das gleiche Thema mit ihm sprechen hat. Dann sage ich ihm mal dich. Gute Besserung. Blöd Mann. So, wir machen in dieser Woche ein Testspiel gegen Würzburger Kickers am Freitag im heimischen Stadion. Charity-Aktion ist ein voller Erfolg. Sie steigert das Ansehen des Vereins. Mehrere lokale Zeitungen berichten darüber. So, Freundschaftsspiel. Da können etliche Spieler, die bisher zu kurz kamen oder aktuell zu kurz kommen, sich mal empfehlen. Der Bento. Vassiliadis soll sich hier auch mal wieder sehen lassen. Stodig. Stodig. Kerkemeyer. Ähm. Broschinski. Für Möller. Ja, schwierig. Äh, Hertel. Sturm einfach mal. Philipp. Ähm. Heiland. Auch mal wieder mitspielen. Uro Summer. Ja, ansonsten habe ich einige in die zweite Mannschaft verschoben. So, die spielen jetzt einfach mal. Wir sind schwächer als Würzburg. Über 8000 Zuschauer. Ist nicht schlecht für ein Testspiel. Samuel Mies. Schöner Name. Geht's in Grat. So, bei Würzburg sehe ich keinen E-Mann-Panaborner. So, wir stellen den Einsatz ein wenig ein bisschen runter. Wir gehen das Spiel konzentriert an. Das ist ein Freundschaftsspiel, das mir wichtige Informationen liefert, sage ich. So soll's auch sein. Wir stellen hier immer alles auf ein bisschen schneller. Und was sehen wir hier? In der ersten Halbzeit fast gar nichts. Es gab eine gelbe Karte für Andriyadze. Warum habe ich den denn nicht rausgenommen? Der geht auch jetzt raus. Michel kommt rein. Ansonsten wechseln wir mal durch hier. Jetzt schauen wir mir. Und für Ha... Ne, der Heiland, der soll sich mal... Der soll mal durchspielen. Gedln kommt rein. Möller kommt mal in der Innenverteidigung rein. Da kann nämlich Crescente auf die 6 gehen. Und die anderen müssen einfach mal durchspielen. So, die Spieler sind amüsiert. Wir liegen 1-0 hinten. Graulich traf. Und wir verlieren mit 1-0. Aber naja. Hat sich keiner wirklich in den Vordergrund gespielt. Aber Leute haben Spielpraxis gesammelt. Wir spielen gegen Osnabrück. Da könnte man von einem Derby sprechen, wenn man so will. Wenn das nicht in Nordrhein-Westfalen liegt. So, Osnabrück. Die wollen nach Berlin. Die wollen in die 1. Liga. Aber wir wollen da auch noch mal ein bisschen mitreden. hr schlägt Alarm. Die Marketingabteilung ist unterbesetzt. Wir brauchen neues Personal. Überarbeitet scheinen sie ja sowieso immer zu sein. Was ist dadurch zu erklären, dass zu wenig Personal da ist. Wir fahren 79 Kilometer an die Bremer Brücke. Ausverkauftes Stadion. Mal wieder Arthur Kraft der Schiedsrichter. 17 Grad. 14.600 Zuschauer wusste ich gar nicht, dass das Stadion kleiner ist, als das Paderborner. So, wir stellen wieder um. Hauke Wahl. Virstwan. Ludewig. Die sind alle sehr gut in Form. Zingerle. Nach dem letzten erfolgreichen Spiel werde ich da nichts ändern. Badmatz. Hidalgo. Antwiace. Babic. Wer hat denn auf der 10 gespielt? War das... Gil? Chandimir, glaube ich. Candido. Ja, so wollen wir spielen. So soll es laufen. Hier wird ein bisschen mehr gekontert. Wir sind gallig und eklig. Die Null muss stehen, sage ich einfach mal, wenn das jetzt gar nicht so unbedingt meine Priorität ist. So, hier bei diesem stimmungsvollen Spiel werden die Fans wieder angeschaltet. Gelbe Karte für Antwiace in der dritten Minute. Wir haben bezahlt und wollen was sehen. Kauke Wahl. Hidalgo steht im Abseits. Mit einem Remy würden wir die 40 Punkte voll machen. Benassa auf Santos, der schießt und bringt Osnabrück in Führung. 16. Saison-Tor schon. Ja, der Srebrenik kann dies ja nicht mitreden. Niteriger-Kanone fällt verletzt aus für den Rest der Saison. Neid. Passt auf Reichel. Hat noch keine Torchance hier. Sasser. Osnabrück würde aktuell auf Platz 2 stehen. Steht auf Platz 2 in der Blitztabelle. Sasser trifft das Tor zum Glück nicht. Puh. Mal verschnaufen, Paderborn. Eckball für Osnabrück. Wir kommen hier überhaupt nicht zu Torchancen. Überhaupt nicht. Bermann, Dropkick. Und der Ball ist drin und es ist das 2 zu 0. Puh. Gugganich sieht gelb. Wir werden hier dann doch deutlich in unsere Schranken gewiesen. Kommen auch überhaupt nicht nach vorne. Hoffentlich kassieren wir jetzt hier nicht noch. Das sind 3 zu 0 vor der Pause. Reichel auf Santos. Und er trifft fast. Artistisch zum 13 und nochmal Osnabrück. Die haben richtig, die sind richtig gallig und die haben richtig Bock auf Bundesliga. Der schießt einfach mal aus 40 Metern. Knapp vorbei. So, wir werden hier richtig zerlegt. Können froh sein, dass es nur 2 zu 0 steht. Die Fans von Osnabrück können zufrieden sein. Und ich bin hier ganz und gar nicht zufrieden. Ich meine, eine extra Ansprache will ich jetzt nicht bringen, weil ich jetzt auch schon so oft wechseln werde. Ich wechsle einfach mal 5 Mal. So, Antwiacce hat gelb. Der geht raus. Michel kommt rein. Evans kommt für Justvan. Crescente kommt für Babec. Gehlen kommt für Chandimir. Und Broschinski kommt für Hidalgo. So, 5 Mal gewechselt. Das ist eine Ansage. Ihr habt bezahlt, ihr habt bezahlt, ihr habt bezahlt. Ihr könnt jetzt gehen. Mal der Kontage sein hier. Ja, True Story. Knight auf Sasser. Reichel. Gugganich. Adli. Schießt. Michel versucht zu klären und trifft ins eigene Tor. Das ist das 3 zu 0. Unser erstes eigenes Eigentor, glaube ich. Ah, die Eigentore häufen sich auf beiden Seiten. Candido sieht gelb. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Wir stellen auf extreme Offensive. Gucken, ob wir hier noch was holen können. Paderborn. Die Fans haben wenigstens nicht so eine lange Anreise gehabt. Wir hatten überhaupt keine einzige Torchance. Sasser sieht gelb. Können wir wenigstens ein Ehrentor erzielen. Ansonsten, ja, ich meine, wir müssen uns keine Sorgen machen tabellarisch. Aber man hätte vielleicht nochmal oben ein bisschen schnuppern können. Crescente schießt. Grün. Werd ab. Michel ist nochmal am Ball. Crescente aus dem Winkel an den Pfosten. Und raus. Das war aber wenigstens ein dickes Ding. Aber Osnabrück weiterhin dominant. Sasser. Ihorst. Majeczak trifft das Tor nicht. Paderborn. Wir verlieren klar und deutlich mit 3 zu 0. Eine Liga-Lage im Derby ist immer bitter. Naja. Wir fallen in der Tabelle wieder auf Platz 9. Aber ich glaube, wir müssen uns hier noch keine Sorgen mehr machen. Osnabrück gewinnt 3 zu 0 gegen uns. Bielefeld gewinnt 2 zu 1 gegen Aue. Heidenheim verliert 1 zu 2 gegen Karlsruhe. Stuttgart gewinnt 5 zu 0 gegen Nürnberg. Darmstadt gewinnt 2 zu 1 gegen Duisburg. Hannover verliert 1 zu 2 gegen Düsseldorf. Die hatten das meiste Glück. Sandhausen hat das meiste Pech. Die Spiele 0 zu 0 gegen Braunschweig. Der HSV gewinnt 1 zu 0 gegen Bochum. Und St. Pauli gewinnt 2 zu 1 gegen Dresden. Bielefeld auf Platz 1. Dahinter der HSV jetzt auf 2. Osnabrück klettert auf Platz 3. Es bleibt unglaublich spannend. Wir haben 15 Punkte Rückstand. Wir sind nur noch 18 Punkte zu holen. Aber zumindest solange wir rechnerisch noch mitmischen können, werden wir auch darauf spekulieren. Zumindest ein bisschen. Wir haben 12 Punkte vor Platz 16 auch da. Solange wir noch absteigen können, werden wir auch darauf spekulieren. Ja, und Duisburg, bei denen wird es immer enger. So, ich achte einfach mal auf die Namen. Da ist aber kein lustiger Name dabei. Crescente in der Elf des Tages. Verstehe, wer will, bei einer 3 zu 0 Niederlage. Zumindest in der zweiten Halbzeit ganz ordentlich gespielt. Und dass das für die Elf des Tages reicht. Leon Philipp verbessert sich in der Stufe. Und im nächsten Part sehen wir Spiele gegen Karlsruhe und gegen Aue. Die stehen auf Platz 11 und auf Platz 13. Wir gucken mal in die anderen Ligen. In der dritten Liga würden aktuell Kaiserslautern und Ingolstadt aufsteigen. Bayern auf Platz 1. Magdeburg würde in die Relegation gehen. Magdeburg punktgleich mit 18,60. Dahinter Rödinghausen, Wiesbaden, Jena. Auf den Abstiegsplätzen Meppen, Illertis, nach Hoffenheim 2 und Norderstedt. In den Regionalligen auf Platz 1 jeweils Mannheim. Punktgleich mit Groß Asbach. Hier Aachen, deutlich erster. Unterhaching, deutlich erster. Auch da sind Assel, verfolgt von Altona. Auerbach, verfolgt von Cottbus. Und Altglienicke. In der Bundesliga Dortmund-Tabellenführer. 4 Punkte dahinter Hertha. 6 Punkte dahinter Bayern. 8 Punkte dahinter Leverkusen. Auf den Euroleague-Plätzen Mainz, Frankfurt und Leipzig. Auf dem Relegationsplatz führt auf den direkten Abstiegsplätzen Schalke und Kiel. Im nächsten Part geht es weiter. Ich sage Tschüss, bis dann.